Hallo Leute, mein Name ist Spyblaze und da ist jetzt gerade schon was in die Luft geflogen und ich habe keine Ahnung was das war. Ich habe mir gedacht, warum tun wir nicht mal alte Spiele, warum tun wir nicht mal einfach mal alte Spiele spielen, die wir schon davor auf dem Channel gespielt haben. Und dann ist mir gefallen, hm, wir haben Blocking Dead mal gespielt, ich unterstütze das mal, Two Shot Kill, ja wir haben das schon mal gespielt und ich habe gedacht, nee, warum spielen jetzt nicht mal auch mal. Okay, ich meine, vielleicht ist ja hier noch was drin, weil ihr wisst, bei diesem Minispiel müssen wir Sachen finden. Ich mag ihn. Oh fuck, warum höre ich so viele Zombies? Und ich mag ihn nicht. Brauchen Sie Hilfe? Mit Hilfe? Mit Hilfe? Ah, lebt sicher, ich habe auch zu sehen, dreimal geschlossen. Oh nein. Oh, tschüss. Äh, warte. Oh, da oben ist noch Loot. Oh, Shotgun. Weil da oben geht es nicht weiter. Sonst ist da nichts drin, weil es hat es nicht angezeigt, dass Loot hilft, deswegen habe ich nochmal nachgeschaut. Naja, äh, ist hier drin noch was? Ich bezweifle, er ist down. Down. Ehh, oh, oh. Oh fuck. Oh shit. Halt ab. Oh, das war knapp. Oh fuck. Halt ab. Warum sterben sie nicht? Okay, ich bin fucking weg hier. Ich bin weg hier, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Oh, oh. Down. Äh, wer lebt noch? Es leben noch so gut wie alle. Okay. Ich bin nicht der erste Seite, der stirbt. Das wäre ja richtig möglich. Ähm, okay. Meine Munition geht so schnell nicht mehr aus. Down. Noch nicht. Ah, down. Yeah. Oh fuck. Äh. Okay, rein hier. Oh fuck. Double kill. Das war im Nachhinein gesehen. Keine so gesehen. Äh, ist einer gestorben? Kann ich mir den Loot abgreifen? Hau ab. Oh shit. Oh. Oh. Okay, I'm fucking right here. Oh. Okay, langsam wird's richtig schlecht. Okay. Oh. Nein. Ah. 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 Okay, und dann sind wir auch in der nächsten Runde. Und was ich dann auch gleich mal noch ansprechen wollte. Äh. Für Leute, die Overwatch kennen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht kennt oder was auch immer. Oder hype ihr drauf seid. Weil ich will einfach mal wissen. Seid ihr hype drauf? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und schreibt doch auch in die Kommentare, welcher euer Lieblingscharakter ist. Vom Gameplay her, wäre es eignetlich für mich Soldier 76. Aber vom Charakter her, hm. Muss ich mir kurz nachziehen. So ne? Hm. Vor allem der, wo am nächsten an mir wäre. Ich hätte mir gar keiner einen, wenn er mich so sehr ähnen würde. Wäre wahrscheinlich ein sehr langweiliger Charakter, wenn er mich ähnen würde. Ähm. Ups. Jee. Okay. Woops, da habe ich jetzt kein Schiff gezwickt. Alter, hau ab. Niemand mag dich, Zombie. In der Zeit geht er so forever alone wie das so ist. Oh, fuck. Ich will auch noch was dann zu drinnen holen. Wie jetzt werde ich angewöhnen. Oh, thanks. Brack. Oh, empty. Entschuldigung jetzt wegen diesen Motorengeräuschen. Meine Mutter fährt gerade irgendwo hin. Und ja, ich lebe noch mit meiner Mutti. Es ist kein Anführungsstein. Ich bin noch viel zu jung um ähm auszuziehen. Also ja. Oh. Oh, da hat schon alles gedootet. So ein Frotze. Äh. Oh. Wow, 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 wow. Down. Muss ich nur rausstellen. Oh. Okay, hier geht's raus. Okay, down. Gut. Jetzt können wir weiter und schauen, ob wir noch mehr Luke finden. Und ich hoffe, ihr euch gefallen auch bei den Videos auf dem Kanal. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, warum ihr dieses hier anschaut. Und es tut mir leid, dass ich echt zur Zeit kein einziges Mal die zwei Tage Video-Dings einhalten konnte. Und es liegt aber da an Schule. Ja, ich hab noch nicht ab Schule. Ja, ich hab noch nicht ab Schule. Und. Ähm. Musikunterricht euch auch. Also da bleibt nicht viel Zeit für so'n Scheiß. Scheiße. Ich mein, es macht Spaß. Aber. Manchmal ist es auch sehr hinderlich. Sagen wir's so. Hm. Kann man da rein? Oh. Oh. Das ist wirklich traurig. Weil wir da nicht reinfallen. Es war keine gute Idee, hier reinzugehen. Wenn ich verlassen. Oh fuck. Um da reinzugehen noch weniger. Stopp. Und wir raus. Oh fuck. You dick. Okay. Ich war gleich wieder der Erste, der stirbt. Nee. Nee, da vor mir sind schon viele. Na okay, dann. Schauen wir mal, wie wir noch weitermachen. Okay, dann sind wir wieder in der Runde. Und. Irgendwann haben wir noch ein paar Items drin. Werden wir schon irgendwie verlesen. Vielleicht müssen länger als sonst. Ich wär ganz praktisch und ne gute. Besserung vom letzten Mal, wenn man länger überlebt. Das wär ganz gut. Ja. So ganz gut. Ja. Hm. Hm. Ich bin gut am reden. Ähm. Schauen wir mal, wo biegen. Wo findet man hier am besten Hut? Stirb. Das ist kein Feuer. Ja. Was haben wir hier? Oh ne Kiste. Wurde die schon gelootet? Nein. Hier haben wir unsere guten Patronen und Zeugs. Uh. Hier gibt's viel Zeugs. Schauen wir mal, wie wir sehen. Scheiße, Jan. Oh. Ich hör nen Gegner. Stürb. 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 Was haben wir hier? So viel Ammo. Oh. Fuck. Alter hau ab. Hau bloß ab. Okay. Ich kann mal die ganze Munition da hoch tun und die Half Packs rein tun. Nein. Nein. Er ist schon gestorben. Wo ist ein Zombie? Ja. Ich hab genug Munition. Ich kann einfach sprayen. Prähen. Bonk. Äh. Was? Woah. 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 Ich habe ein Messer. Ich hab ein Messer. Ah. Sterb. Ich hab noch genug Munition. Oh fuck. Äh. Stopp. Okay. Jetzt sind die Zunde dauernd. Ich hab nur noch genug Munition. Oh shit, das ist ein Spielerzombie! Ah, down! Nee! Okay, okay! Oh, jetzt geht auch noch meine Glocke los! Zum Glück war es nur ein kurzer Glockenschlag! Sonst würde ich hier für eine Weile erstmal... Hier! Okay! Man muss ja schließlich seinen Mitspielern helfen, das ist mal ganz ehrlich! Oh! Oh! Nein! Okay! Oh Gott! Ich muss essen! Nom nom nom! Okay, jetzt kann ich wieder rennen! So mal was Gutes! Oh Jesus! Down! Okay! Okay! Hier! Brauchst du welche? Oh Jesus! Ah, wie viel Moni? Äh... Noch viel! Aber ich musste... Uh! Uh! Oh! Das ist ein Spielerzombie! Down! Bis jetzt überlebe ich noch recht gut! Nehmen wir mal hier schon ein bisschen den Handpack! Down und 10 Scheiß! Uh! Ein neues Messer! Haut ab! Lass den Typen in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! at! Okay! Okay! Los 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 los! Loslos los! Los 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 los! Los los los! 아... A- Ah ... hey! Achso, das ist nicht besonders. Wir benutzen jetzt auf dieses Messer. Okay. Okay, jetzt, OH! Nein Oh fuck, das war knapp After survival for 7 minutes 7 Minuten Alter, mein Ping Dead Ping, though Nein, mein Ping ist gar nicht so schlecht Fällt mit, Alter Okay, wie lange müssen wir noch überleben 2 Minuten 25 Das mal ist eine beste Runde, weil ich mich nicht In schöne Gebiete Verschanze Was an sich so eine dumme Idee ist, oh fuck Nein Alter, sterb Oh Down Alter, sterb Fuck Oh Nein Oh Das war aber eine gute Runde Na okay Aber ich denke, damit bin ich Na okay, machen wir noch eine Runde, scheiß drauf Machen wir noch eine Okay, und damit sind wir auch in der letzten Runde Von Blocking Dead Für diesen Tag Für dieses Video Für Alter, kann ich mich jetzt auch mal bewegen Keine Ahnung, brä Im Chat hat er dann gesagt Genau das gleiche, was ich gerade sagen wollte Warum kann ich mich nicht bewegen Lol Ich meine, beim Ping ist doch relativ gut Ich check's nicht Wow Ein Stück Hühnchen Ich werde sie alle mit meinem Hühnchen erschlagen Das klingt gar nicht falsch Noch mehr Hühnchen Thanks, ich brauche gar keine Munition oder so mehr Nein Hau Ab Und das ist dieses Mal One-Shot-Dich Und tut ja nicht Two-Shotten Weil es dort doppelt so viel Munition Wie einfach im Mathematik-Journal Vorschreibt Noch ein Headshot Uh, das Da ist eine Kiste Da ist jedenfalls Munition drin Das ist ein Upgrade Vielleicht braucht man so ein Upgrade für gute Kisten Headshot Dann kriegt man extra Münzen für Headshots Geil Das wusste ich gar nicht Aber anscheinend kriegt man extra Münzen für Headshots Uh, noch mehr Okay Äh, ich glaube die drin brauchen da ein bisschen Hilfe Weil die verschwinden ganz schön viel Munition da drin gerade Uh Ne, da ist in Ordnung was Alles klar Oh Gott Headshot Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Down Messer raus und dann rein da Down 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 Muss ihm helfen Na, ihr, was auch immer Dring, 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 dring Oh Oh, 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 oh Oh Oh, okay Naja, okay Das war eine schlechte Runde Weil ich bin einfach zu dumm gewesen Und so Und ja Schreibt in die Kommentare Nicht vergessen Schreibt in die Kommentare Ob ihr gehypt seid Für Overwatch Und mich kann man nicht sehen Zurzeit Können wir hier ein bisschen spektaten Äh, aber trotzdem Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wenn es das erste Video ist Das ihr von mir gesehen habt Dann könnt ihr noch ein Abo oder Like da lassen Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder Ciao 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 Ciao